Guten Tag, Klasse! Guten Tag! Wo stecken denn die anderen? Sie sind weg. Das kann ich auch sehen, aber was ist los mit Ihnen? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie eine Grippe. Grippe? Den fehlt etwas frisches Obst. Also, zuerst die Selbstverteidigung. Wir werden heute dort fortfahren, wo wir letzte Woche abgebrochen haben. Da habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie sich zu verteidigen haben gegen eine Person, welche Sie in aggressiver Weise mit frischem Obst anzugreifen beabsichtigt. Schon wieder. Sie haben doch versprochen, dass wir es diese Woche ohne Obst machen. Was wollen Sie damit sagen? Na, frisches Obst machen wir jetzt schon seit neun Wochen. Was gefällt Ihnen am frischen Obst nicht? Sie wissen wohl alles besser, wie? Können wir nicht mal was anderes versuchen? Wie wäre es denn mit einer? Greif dich mit einem Spitzenstock ab. Spitzenstock? Sowas, sowas, sowas. Sie wollen also die Selbstverteidigung gegen spitze Stöcke lernen, was? Irgendwie ganz schön nassforsch, wie, oder? Frisches Obst ist Ihnen wohl nicht gut genug, was, oder? Sowas, sowas, sowas. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, mein Junge. Wenn Sie heute Nacht auf Ihrem Nachhauseweg sind und sich plötzlich ein verrückt gewordener Mörder auf die Stürze mit einem Haufen Wachholer werden, dann kommen Sie bloß nicht heulend zu mir angekrochen. Hi, oder? Hau! Hau!